Hallo und herzlich willkommen zum letzten Video in meiner Weihnachtswoche. Ich hoffe, die vorangegangenen Videos haben euch gefallen. Und um das Ganze jetzt abzuwunden und abzuschließen, möchte ich euch wieder gerne zu meinem WhatsApp-Adventskalender einladen. Den gibt es jetzt mittlerweile schon in der dritten Runde im dritten Jahr. Und vom 1. bis 24. Dezember bekommt ihr von mir bei WhatsApp direkt eine Sprachnachricht jeden Tag mit Geschichten, Affirmationen, Meditationen, mit Input zum Nachdenken und kleine Übungen für euren Alltag, um einfach mehr Selbstliebe, mehr Entspannung, mehr Achtsamkeit in euren Mama-Alltag zu holen. Das Ganze ist wirklich kostenlos. Wenn ihr schon bei WhatsApp bei mir angemeldet seid, wenn ihr schon WhatsApp-Nachrichten von mir bekommt, müsst ihr euch nicht noch einmal anmelden, dann seid ihr automatisch dabei. Wer sich aber neu anmelden möchte, findet unten in der Infobox den Link dazu. Und ihr bekommt wirklich alle einzelnen Nachrichten von mir. Also es ist keine große WhatsApp-Gruppe oder irgendetwas. Ihr seht die anderen nicht. Ihr hört die anderen nicht. Jeder bekommt von mir die Nachricht einzeln zugeschickt. Und der ist natürlich dann auch jederzeit wieder abbestellbar. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die Adventszeit vom 1. bis 24.12. mit mir gemeinsam verbringen wollt und jeden Tag von mir eine kleine Sprachnachricht bekommen wollt. Dann meldet euch jetzt sehr, sehr gerne noch dafür an. Und dann hören wir uns das erste Mal am 1. Dezember. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf euch.